Hi, mein Name ist Patricia und im heutigen Video stelle ich dir drei Fernwanderwege vor, die für Anfänger bestens geeignet sind. Voraussetzung hierfür sind, dass du bereits Erfahrungen mit Tageswanderungen gemacht hast, das heißt, dass du ca. 10-15 Kilometer problemlos gehen kannst und dass du dich auch bereit fühlst für eine mehrtägige Wanderung. Was meiner Meinung nach einen Wanderweg anfängertauglich macht, ist, dass die Etappen nicht allzu lange sind bzw. dass diese gekürzt werden können oder man auch problemlos jederzeit abbrechen kann. Den allerersten Fernwanderweg, den ich dir heute vorstellen möchte, liegt nicht in Deutschland, sondern im benachbarten Österreich und zwar geht es hierbei um den Lechweg. Der Lechweg startet bei knapp 1800 Metern Höhe beim Vormariensee in der Nähe von Lech am Arlberg und endet beim Lechfall in Füssen auf ca. 800 Metern. Der Lechweg hat eine Länge von insgesamt 125 Kilometer und kann klassisch in sieben oder bei Bedarf noch mehreren Etappen gegangen werden. Der Lechweg war der erste Fernwanderweg, den ich selbst jemals gegangen bin und die Gründe, warum ich ihn für Anfänger geeignet finde, sind folgende. Erstens eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist problemlos möglich, aber natürlich auch mit dem Auto und das Auto kann man entweder in Füssen oder in Lech am Arlberg für die gesamte Dauer der Wanderung parken und von Füssen aus kommt man nämlich dann problemlos mit dem Bus über Reute nach Lech. Zweitens der Weg ist wirklich gut ausgeschildert, das heißt du benötigst hierfür keine Karten, kannst natürlich bei Bedarf eine mitnehmen, aber in der Regel folgst du immer diesen Symbolen. Drittens, es geht meistens bergab und daher ist es nicht sonderlich anstrengend im Vergleich zu anderen Wanderwegen. Viertens, wenn man nicht jede Nacht in einer anderen Unterkunft verbringen möchte, hat man auch die Möglichkeit immer in derselben Unterkunft zu übernachten und dann täglich den muss zum nächsten Startpunkt zu nehmen und am Ende wieder zurück. Und fünftens, wer keine Lust hat, sein schweres Gepäck Tag für Tag zu tragen, der hat auch die Möglichkeit einen Gepäckservice zu beauftragen. Ich muss zugeben, so habe ich das damals gemacht, denn ich war schon aufgeregt genug, um zu sehen, ob ich das überhaupt schaffe, Tag für Tag mehrere Stunden und mehrere Kilometer unterwegs zu sein und da wollte ich dann nicht auch noch eine schwere Last tragen, vor allem, weil ich dann auch das ganze Hundefutter für die ganze Woche hätte tragen müssen. Ich finde, dafür muss man sich auch überhaupt nicht schämen und das ist jedem frei überlassen, ob er einen Gepäckservice beauftragt oder nicht. Ich bin den Weg selbst damals auf Empfehlung hingegangen und ich habe es auch überhaupt nicht bereut. Ich finde den Weg wunderschön und kann ihn wirklich nur von Herzen weiterempfehlen. Kommen wir nun zum zweiten Fernwanderweg, den ich dir heute vorstellen möchte. Dieser liegt im Nordschwarzwald und es handelt sich hierbei um die Murkleiter. Die Murkleiter hat eine Länge von insgesamt 110 Kilometer und ist im Vergleich zum Lechweg konditionell etwas anstrengender. In fünf Etappen wandert man hier von Gaggenau bis zum Schliffkopf oder in umgekehrter Richtung. Dabei sind dann zwischen 18 und 24 Kilometer pro Tag zu gehen. Bei der Murkleiter handelt es sich um einen Premiumwanderweg und da ist dieser auch bestens ausgeschildert. Das heißt, auch hierfür benötigt man keine Extrakarten, um den Weg zu finden. Durch die begleitende S-Bahn-Linie eignet sich die Murkleiter also für nicht so erfahrene Wanderer, da man die Etappen dadurch auch abkürzen kann. Aufgrund der S-Bahn ist es auch hier möglich, alle Übernachtungen in derselben Unterkunft zu verbringen. Das habe ich hier persönlich auch so gemacht und zwar bin ich dann mit dem Auto immer bis zu meinem Etappen-Ziel gefahren, bin dort dann in die S-Bahn eingestiegen und zu meinem Startpunkt gefahren. Dadurch bin ich dann auch immer nur mit Tagesgepäck unterwegs gewesen. Ich bin die Murkleiter im Mai 2018 gegangen und kann diesen auch wirklich nur empfehlen und ich habe jetzt auch gesehen, dass dieser nominiert wurde für Deutschlands schönster Wanderweg 2021 in der Kategorie Weitwandern. Als drittes und letztes möchte ich dir noch kurz den Neckarsteig vorstellen. Dieser wurde 2018 als Deutschlands schönster Weitwanderweg gewählt. Von Heidelberg aus geht es auf einer Strecke von 127 Kilometer bis nach Bad Wimpfen. Vorgesehen hierfür sind neun Etappen, welche man jedoch individuell gestalten kann. Das Gute an diesem Wanderweg ist, dass es zahlreiche Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten gibt. Der Wanderweg ist auch bestens ausgeschildert und kann in beide Richtungen gegangen werden. Ich muss zugeben, ich bin den Weg selbst noch nicht gegangen. Er steht jedoch auf meiner To-Do-Liste und ich habe viel Gutes darüber gelesen und deswegen habe ich ihn dir heute kurz vorgestellt. Natürlich gibt es noch viele andere Wege, die man als Anfänger gehen kann und du kannst zum Beispiel auch einen längeren Fernwanderweg aussuchen und einfach nur ein paar Etappen davon gehen, um einfach mal in den Geschmack des Weitwanderns zu kommen. Wer jedoch nicht so weit anreisen möchte, kann natürlich auch direkt vor der Haustüre ausstarten. Allein hier in Deutschland gibt es so viele verschiedene Jakobswege und mit Hilfe von einem Wanderführer oder einer Karte lassen sich die Etappen gut planen und den Weg finden. Der Jakobsweg ist zwar mit einer gelben Jakobsmuschel ausgeschildert, jedoch möchte ich nicht behaupten, dass es eine sehr gute Ausschilderung ist. Jedenfalls habe ich die Erfahrung gemacht und ja, kam mir manchmal schon ein bisschen verloren vor. Da würde ich auf jeden Fall immer einen Wanderführer oder eine Karte dabei haben. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen und wenn es dir gefallen hat, dann lass doch einen Daumen nach oben da und gerne auch einen Kommentar. Ich freue mich immer darüber. Und ja, ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!